Die Centipede Knallkette von Brockhoff sind verschiedene Knallerchen an so einer Visco befestigt, an so einer Timefuse und die knallen dann nacheinander ab. Die Centipede Knallkette von Brockhoff Also ihr habt es, ich glaube ihr könnt es hören, mega heftige Artikel. Hier sind noch ein paar Sachen liegen geblieben. Wirklich eine sehr, sehr schöne Artikel von Brockhoff. Sie ist Centipede. Ich glaube das Teil heißt sogar Centipede, heißt glaube ich 1000 Füßler oder sowas. Ich glaube das ist ein paar Sachen liegen geblieben.